Mein Name ist Dana und ich studiere Wirtschaftsinformatik und digitale Medien im siebten Semester. Ich habe im Rahmen des Moduls Consulting Skills an der Campus Innovation Challenge teilgenommen, die bei Professor MED stattfindet. Dabei geht es darum, dass es ein Wettkampf von Accenture ist, bei dem Kleingruppen von vier bis fünf Personen ungefähr ein innovatives Produkt oder ein Service erstellen und den dann eben schlussendlich präsentieren. Wir haben beispielsweise eine App entwickelt, die den Offline-Handel unterstützen soll. Dabei haben wir Funktionen wie zum Beispiel eine Indoor-Navigation, die wir mit iBeacons unterstützen, oder auch ein Social Fitting, wobei deine Community entscheiden kann, ob dir dein Oberteil passt oder ob deine Hose dir passt, dass sie das Ganze dann eben per Button in der App entscheiden können.